Skattertons? Die heißen Skattertoon. Klar kenne ich die. Die haben schon vor 20 Jahren bei meiner Hochzeit gespielt im Hotel Atlantik. Und zwar zusammen mit Udo Lindenberg. Die Hochzeit war exquisit. Vor vier Jahren habe ich sie dann extra einfliegen lassen, damit sie auf meiner Yacht vor den Bahamas zu meiner Geburtstagsparty spielen. Es war so toll. Die Saxophonistin habe ich geliebt. Sie bringt den Soul erst so richtig in die Band. Ich bin übrigens am 30.04. im Knust wieder mit dabei. Da spielen sie nämlich beim Emergenza Semifinale und können jede Unterstützung gebrauchen. Meine Bediensteten werden mich natürlich begleiten. Ihr bekommt eine Karte für 10 Euro bei der Band und für 11 Euro an der Abendkasse. Das ist euch aber sicherlich zu teuer. Sind wir jetzt fertig? Okay, Kapp, danke. Wir bauen um auf die 2. Das Lichtbitte auf 2 Meter. Wir bauen um auf die 4. Wechseln auf die 28 bis 107. Und dann können wir weiterdrehen. Danke. 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 Danke.